Herzlich Willkommen im Lernerhafen 2017. Ich möchte dieses kleine Video dazu benutzen, euch allen ein wunderschönes neues Jahr zu wünschen. Mit Gesundheit, Erfolg und vor allem Lebensfreude. Ich glaube, man merkt mir an, dass ich nicht gerade gut in solchen Dingen bin. Nichtsdestotrotz will ich mich nicht davor drücken und mich bedanken. Mich bedanken für die ganzen netten Kommentare, für die gut gemeinten Diskussionen und Ratschläge. Für alle Leute, ganz besonders im TS, mit denen es immer wieder Spaß macht zu spielen, zu plaudern, zu diskutieren, zu streiten. Ganz besonders hervorheben möchte ich Sharky, mit dem ich bei World of Warships, wie blind mitfahren kann, bei Hearts of Iron immer zu streiten beginne. Und bei unserem neuen Projekt sehr viel Spaß habe. Auch Frank, Frankie, Oli, Yassin, Tobias, Chris, Mike, Jarvin, EPS, nochmal Mike, den olden Hadrian, den extraordinary Noob, Michael, Florian, nochmal Mike. Und alle, die ich wahrscheinlich vergessen habe, und das werden einige sein, denn mein Namensgedächtnis ist ultra schlecht. Außerdem ist das nicht die Reihenfolge der Wertschätzung, das ist nur die Reihenfolge, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ihr erst am Ende genannt worden seid. Das war ein sehr lustiges Jahr 2016. Ich hoffe, das wird im neuen Jahr genauso. 2017 erwartet euch auf diesem Channel. Tutorials, Patchnotes, Gameplay, Replay, Stratalk. Und ich habe mein eigenes Merch. Hier ein wunderschöner Pullover in dunkelblau und ein Pullover in hellblau und eine wunderschöne Kappe. Jetzt zu kaufen unter www.kaufmeinscheissmerch.com. Viel Spaß damit, das ist natürlich ein Scherz. Was aber kommt, ist H1Z1, hier ein kleiner Ausschnitt davon mit Sharky. Oh mein Gott, wir dürfen nicht sterben. Ich habe K-Tack-Tips, ich habe Klebeband. Oh oh, da schießt was. Und dort. Ein bisschen Star Citizen. Meine geheime oder nicht mehr so geheime Spieleflamme ist und bleibt momentan Arc Survival Evolved. Da das Spiel aber sehr zeitaufwendig ist und ich nur Zeit habe, es ein bisschen zu spielen, aber nicht zu schneiden, macht das meine Freundin auf ihrem Kanal. Ich bin dabei nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber auch nicht so schlecht, wie ihr es gerne glauben würdet. Und wenn ihr Lust habt, das zu sehen, schaut doch hier vorbei. Lasst ihr einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da, aber ganz wichtig, nur wenn es euch interessiert. Nur wenn ihr gerne zuschaut und nur wenn ihr es auch gerne spielen würdet. Ich verabschiede mich nun für dieses Video. Wir sehen uns ja bald wieder, spätestens im Gefecht. Ciao.